So, danach ist die Minute, ich drehe noch eine Runde. Ja, danke schön, danke. Die 1-Zeit ist in der Spitze hier in Erfurt und für die Fahrer heißt das noch eine Runde. Die hat ja das Ding drauf, eine Runde. So, also, da kommt unser Führungstrio. Und jetzt gilt es, die letzten Könner zu mobilisieren. Wir machen doch mal laut, die Kloche ertönt. Letzte Runde, last lap, last lap, letzte Runde. Und die Mujiro für die drei Spitzenreiter auf der ersten Etappe. Runden die Einleitung, die wir von 166,5 Kilometer, ja, die Distanz. Und die letzte Runde nehmen in Angriff die drei führenden Place Power aus dem australischen National, aus der österreichischen Nationalmannschaft. Stefan Denifel und aus dem Rabobank Continental Team, das Geburtstagskind des heutigen Tages, Steven Kreuzweig. Hör die Glocke, letzter Runde, last lap, go. Und dann sehen wir auch im Feld in den ersten Reihen. John Degenkoll, Patrick Breach, ja, haben die heute erst einmal geschaut, die Beine freigefahren auf der ersten Etappe. Es sind ja niemal hin, 950 Kilometer zu absolvieren. Ja, Ergebnis, noch einmal die ersten Dreifahrer, Lace Howard, Stable Kreuzweig aus dem Rabobank Team, und Stefan Denifel, er fährt für die österreichische Nationalmannschaft. Das sind die drei Erstplatzierten, die wir gleich zur Siegertierung rufen. 90, 96 und 133. Von Federn-Moswald, Fahrzeugteile und technischer Handel. Ja, hier gibt es die Blumen und die Küsschen von den Ehrendamen. Herzlichen Glückwunsch, Lace Howard, aus der Nationalmannschaft. Wir kommen zum nächsten Trikot. Aber das Küsschen, Stefan, machst du lieber nicht. Machen das die Mädels, das Küsschen? Ja. Ich glaube, er hat heute mehr Muskelkater vom Treppensteig als vom Radfahrt. Frau Müller, sie übergibt das Trikot der Zeitungsgruppe Thüringen. Und mit den besten Glückwünschen an Lace Howard, den Führenden, in der Punktewertung nach der ersten Etappe und um die Heimat. Lace Howard, Australien, die gute Trikot der Zeitungsgruppe Thüringen. Wir kommen zum letzten, zum hochwertigsten Trikot. Am morgigen Tag wird das gelbe Trikot der E.ON Thüringer Energie AG tragen der Fahrer mit der Startnummer 32 vom Down Under, Lace Howard. Applaus 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 Ja, liebe Zuschauer, das ist der Träger des gelben Trikots am ruhigen Tage. Wir schicken nochmal einen Riesenapplaus rüber. Jetzt gibt es normalerweise den Stereokuss von links und von rechts gleichzeitig normalerweise. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Leicht Hayat, Sieger der ersten Etappe der 34. internationalen Töne-Rundfahrt, der Träger des gelben Trikots der E.ON-Türmer Energie AG. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für morgen, alles Gute für die Rundfahrt. Ja, liebe Zuschauer, was bleibt uns noch zu sagen? Andreas, du leistest das letzte Wort. Ja, morgen geht es weiter in Oberhof. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Tolle Kulisse, toller Sport. Das ist Werbung für den Radsport und ich freue mich auf...